Hallo, hier mein Q-Games und damit herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal, der vorhin dachte ich mir, dass ich mir ein kleines Affili-Game habe. Heute spielen wir zusammen The Scary Times. Keine Ahnung, was uns hier erwartet, sag ich eigentlich immer. Ich würde sagen, New Game Story Mode, mit New Game. Wir machen mal New Game. First Night. Ciao, wenn man es erwartet. Surprise, Surprise! Was für ein Scheiß? Nein. What? Camera? Cam 1? Cam 2? Cam 2? Yes. Wo ist das Sound? Am Anfang war noch Sound, jetzt ist keins. Ah, ich habe ein Licht. Gibt es hier auch noch eine Maske? Es scheint nur Licht zu geben. Ah, ich kann sogar hier Licht machen. Nice. Let's party. Party all the time. Party all the time. Wo ist das Sound? Kein Sound. Oben, wo meine Hackfresse ist, steht 1AM, Night 1, 100%. Kann ich hier nichts anklicken an dem komischen Monitor? Hier kann man auf jeden Fall Licht machen. Toll, kein Sound. So was liebe ich ja am Anfang noch Musik. Und dann machen wir ihn nicht. Tschüss! He don't kill... ...but he... ...clo dead. I don't know. Tja, 2AM. 2 Uhr. Nicht einmal, äh, Sound vom... ...oder Geräusche vom... ...von den Lichts oder so, äh, 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 irgendwas. Nichts. Ziemlich ruhiges Spiel. Das heißt, der Rosti muss euch zulabern. 3 Uhr. Wir haben jetzt 3 Uhr. Wir können es nur wieder nicht sehen. Aber es passiert ja auch nichts. Oh. Ah, ah, ah. Ich könnte mal wieder ein mieses FNAF-Fangame raushauen, oder? Spiele ohne Sound sind schonmal ziemlich schwach, finde ich. Weil, wenn man sich nicht mal die Mühe macht, einen Sound reinzuhauen in das Spiel... ...dann zeugt das schon ein bisschen von... ...da ist einer. Seht ihr ihn? ...Hunk. 4 Uhr. Wir haben jetzt 4 Uhr mittlerweile. Und so irgendwas hinkritzeln, das kann ja jeder, ne? Sonst sehe ich aber keine, ist ja nur er hier. 5 Uhr. 5 Uhr. Ja, schauen wir noch hier. Oh, 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 oh. Ne, wie gesagt, Spiele ohne Sound haben sie in der Regel bei mir schon verkackt, ne? Ja. No in-game sound... Fuckat. ... stro inv six and all of the games. ...I ran to the minigame. Jo Moment, ich muss mal kurz meinen Mausenzeiger wegmachen Ich kann jetzt also hier laufen Yeah Hä? Oh, ist das düster Was soll eigentlich der Fool? Konkret Konkretulations Du hast es geschafft in Rostys miese Flufffang Games reinzukommen Weil es ist wirklich, also wirklich Ja, nun Nee, oder? Ja, und jetzt Und jetzt tut sich nichts mehr Es tut sich jetzt absolut nichts, Leute Was ist jetzt? Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten Weil Tut sich nichts Moment Ich tue jetzt mal, ihr seht ja Ich seht jetzt mal im Bildschirm Oh, hau ab Ihr seht, mein Rechner spinnt Er mag jetzt nicht Hau ab Hau ab Spiel Fenster schließen Wo war das blöde Spiel? Ich starte nochmal neu Ihr seht, mein Rechner spinnt Er bildet so ganz Er kackt alles zwischendurch ab So Jetzt Mal schauen, wenn ich jetzt auf Load gehe Warning Hättest du lieber mal dieses Geräusch im Spiegel gehabt Ich gehe mal auf Story Mode Kann ich nicht Cartoon Grr Grr Load Nee Also nochmal spielen zu ist mit Sicherheit nicht Das war Also ich werde es auf jeden Fall reinpacken Bei Roasties Miese Fnaf Fangames Weil das Spiel ist jetzt wirklich Kacke Kacke In meinen Augen wirklich Müll Wenn ihr anderer Meinung seid Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare Aber Ich glaube Ihr könnt nicht Ich glaube Ihr seid mit mir einer Meinung Das ist wirklich Viel Wind um nichts Äh Nee Das war auf jeden Fall The Scary Times Ich bleibe mir auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen Damit ihr das alles durchgehalten habt Würde mich freuen Wenn ihr wieder einschalten würdet Auf meinem Roastie Kanal Über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen Hilft mir ein paar Abonnenten zu gewinnen Ich brauche eure Unterstützung Ich brauche einen Sponsor Ich brauche Geld Ich brauche Equipment Ich brauche eigentlich alles In diesem Sinne Habt euch lieb Genießt das Leben Enjoy your life Habt Spaß miteinander Verhaut euch nicht Und bis zum nächsten Mal Ich sage Tschö Mit Ö Mit den Scary Times Euer Röstiger Reitner Thank you Goodbye Yalloi Yippie Schweinebacke Joey So eine Scheiße Ciao Ich brauche Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Vielen Dank.